Wenn die LED-Treiber den UKW-Empfang stören, bleibt nichts anderes als ein Filter zu bauen. Das sieht folgendermassen aus. Es ist symmetrisch aufgebaut. L1, L2 und L3 sind UKW-Drosseln und symmetrisch zu L6, L7, L8. C1, C2 und C3 sind Keramikkondensatoren. L4, L5 und C4 sind ein Bauteil mit drei Anschlüssen. L9, L10 und C4 sind ebenfalls ein Bauteil mit drei Anschlüssen. Den Abschluss bilden C5 und C9. Die Dämpfung sehen wir an der grünen Kurve. Der LED-Treiber ist bei L1 und L6 angeschlossen. Die Einspeisung bei C9. Da ist die Polarität zu beachten. Nun folgen noch die einzelnen Bauteile. Das ist die UKW-Drossel L1, L2, L3, L6, L7, L8. Das ist der Kondensator C1. Das ist der Kondensator C2. Das ist der Kondensator C3. Das ist der Kondensator C3. Das ist die Kondensator C4. Das ist der Condensator. Das ist der Condensator C9. Da muss auch die Polarität geachtet werden. Das Ganze kann auf einem Stück Laborkarte aufgebaut werden. Das ist der Condensator. 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 Das ist der Condensator.